Jetzt verantworten bei den Pferden, die aus dem Riesenskommunikationen Auch hier ein herzliches Dankeschön! Haben Sie ein paar Teile? Vielen Dank! So, willkommen zur Riesenskommunikation! Wir holen jetzt mal zwei Kameraden, wir sind hier bei Schwelle auf Essen von Wilma. Natürlich für die Leute im Hand. Jetzt ist hier alles ganz klar. Sehr gerne, jetzt sieht man aus. Du hast aber nicht gedacht, dass der Riesenskommunikation aufläuft. Sicher nicht, ich bin ja nicht das erste Mal, aber ich bin schon wieder entspringen hier und weiß, aber ich bin jetzt nicht sicher. So, ich bin natürlich auch bei uns, die Riesenskommunikationen hier auf dem Kanal. Zuschauer, die auf jeden Fall ein paar Experten sind. Was macht denn jetzt Uwe Gertzmeyer? Wer hat denn einen Astrosport gemacht? Aus was ist geworden? Hast du auch so wie wir mit jetzt Stadion? Und was ist da anstrengend für uns? Und was machst du jetzt für mich? Ich bin ganz normal, ich bin ja im Unternehmenskommunikation. Und ich bin dort für die Aufwand. Aber ich bin jetzt nicht aufgehört, aber ich bin jetzt im letzten Sport, die vermitteltes Sport immer noch. Ich bin immer noch in jedem Machen, jeden beruhigend aufgehört. Ich bin auch hier für den Nachwuchs und den Stütz, die wir in diesen verschiedenen Projekten. und die bestätigen das Stadion, die wir in den verschiedenen Projekten zu studieren und eben auch prägen, dass der Sport auskommt, das wir in den nächsten Jahren. Viele fragen sich ja, wenn man ewig im Moment nicht gestanden hat, z.B. Sportlerin, das ist mit dem Bild, das ist mit dem Verfahren, die ist dann auch recht vorbei. Diese eine Stimme, wo der Völker auf dem Schluss ist, wo man auch vielleicht der Öffentlichkeit und der Presse mitgebracht hat. Es ist jetzt vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage stellt, aber vielleicht mal ganz kurz eine Frage ist, oder kann man das auch persönlich mit dem Präsidium gut vorbereitet, dass man dann eigentlich noch bei dir, oder sagen dann erst mal eine Pause und dann schon mal übernimmt hat. Es ist sicherlich bei jedem unterschiedlich, aber es ist wie bei einem Künstler, jeder, irgendwo, an der Ende, in der Ende, in der Ende steht, und das dann im nächsten Tag nicht mehr ist, muss sich bei Leuten dazu mit dem herstellen. Und das gelingt sicherlich nicht leider, aber vielen, und für mich war das eigentlich gar nicht kein Problem gewesen, das war eigentlich ein ganzes Mal, und ich glaube eigentlich nachlos, überall, geschaffen, in der Mitte des Präsidiums gegeben, und ich denke, dass darauf viele, viele Rückhalt, durch die Frage, und die Frage, in der Mitte des Präsidiums, einfach auch später, und die Aufmerksamkeit, in der Mitte des Präsidiums, und die, 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 die ganzen Ich bin nicht noch in der Situation von dir, aber der andere Platz ist halt gleich mehr. Ich rede gerade, wie es im Spiel heute ist. Nach dem Spiel des Deutschen geht man jetzt gerade jetzt von Formel raus. Und bei uns sind da nicht noch das andere Mal noch mehr. So, heute haben Sie die ganze Zeit. Wir waren bei E-Sport. Wir haben uns ein gutes Wort mit der Niederlage. Und dann haben wir uns ein gutes Wort. Wir haben uns ein gutes Wort. Ich bin vor allem jetzt mit dem Spiel. Und ansonsten, das wir freuen, wir sind jetzt beim nächsten Mal. Am Ende des Mojana Reibes von der Bühne und der E-Sport. Wir sind jetzt auch im Spiel. Also, hallo, hallo, jetzt geht mal kurz. Wir sind inzwischen. Ja, das ist ja ein ganzes Team. Wir haben uns ein gutes Wort. Und dann haben wir uns ein gutes Wort. Wir haben uns ein gutes Wort. Ich habe das alles gut gemacht. Das war das letzte Wort. Ja, was soll ich sagen. Also, ich wünsche dir, dass die alle so viele Stimme, die man sich sieht. Das wünsche ich mir auch. Aber das ist natürlich für mich, die wir umgehen. Dass der Stimme auch leider, ich sag mal, vorgesehen, herumgehen. Und ich glaube, das neue Team, das ist ja nicht. Wir haben drei Grenzen gemacht. Und ja, ich sag mal, toll, toll, toll. Wir nehmen uns jetzt erst einmal Euro-Kommel. Und jetzt geht's zu... zu Siegern. Also, danke schön, Bruno, danke schön. Danke, 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 danke Ihnen. Es ist toll, dass Sie hier bei Ihnen zu uns gekommen sind. Und jetzt geht's zu Siegern. Tschüssi! Vielen Dank. So, wir haben jetzt jetzt mal ein paar Ziele zu. Und wenn wir heute 11.0 gemacht werden, jetzt sind wir schon durchgrößt. Wir haben jetzt vorgelegt, was kommt man hier. 1. und ein 1. 2. 3. 3. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Und jetzt geht's los, meine Lieben! Hierher! Wer wird jetzt gegen Spelina gesehen? Die Partiäre der Deutschen, der sich für das Land 2021 gegen Spelina in Frankfurt. Und los geht's, in der Leiterzeit, Die werden die Bühne aus der Straße und die Strecke am Riesland-Kanzler und die werden die Bühne aus der Straße und die werden die beste Fahrt bei den Rüstern-Kanzler und die werden die Bühne aus der Straße Wir haben uns heute wieder Loser und Weißer Wir haben uns heute wieder Wir haben uns heute wieder ein paar Wir haben heute wieder Erzähl mir alles Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Wir haben uns heute wieder 2-3 frau 1 das in z